Continue. Wir waren gerade dabei, hier was herzustellen. Du wirst langsam wieder gesund. Oh, warst du krank? Oh no. Dann weiterhin gute Besserung. Hallo? Hallo? Kann das doch mal bitte weggehen? Dankeschön. Deswegen auch kein Stream. Okay, ich hab das nicht so mitgekriegt, sorry. So, geröstete Frösche. Jetzt kennt man noch mal welche rösten. Auch gut. Craft a firecracker potion for the party. Das ist lieb, Dankeschön. So, firecracker potion müssen wir erst kaufen. Bringt nichts mehr, weil wir haben es gerade sehr spät und die Diane ist schon weg. Muss was wir jetzt noch anstellen können? Ich meine, das ist ja noch recht früh. Na gut, sammeln wir ein paar Pollen. Sonst hat nichts zu tun jetzt hier um die Uhrzeit. Sämtliche Läden haben geschlossen. Die Leute sind alle schon mehr oder minder schon in ihren Betten. können wir hier noch den Terrian das Fell auszupfen. Noa, clever. Nein, 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 nicht weglaufen. Ich bin gar nicht immer so weit. Und wenn man hier nie fährt. Dankeschön. So, müssen Glockenblumen sein. Mitgeklingelt. Alle anderen Glockenblumen sind fake. Na, 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 na. Na, 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 na. Mitnehmen sollte man das Fell dann schon, wenn man es sich schon auszieht. Und dann nützen wir sonst noch Vögel als Nistzeug. Hallo. Oh, der ist leichter zu fangen. Kommt hier gar nicht voran. Ich muss auch bald ins Bett. Danke. Oh. Nichts verkommen lassen hier, auch den Baschpack nicht. So, ab ins Bett. Spät genug. Bevor wir noch rumfallen. Müdigkeit. Oh. So. Wir haben... Der Charakter fällt ab 12 Uhr tatsächlich komplett um. Es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Genau. Ja. Unser Fell ist fertig getrocknet. Wir haben schon zwei davon. Cool. So, Diane. Du hast hoffentlich ein Rezept für mich. Ah. Ah. Ja. Ja. Er. Ja. 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 Was soll ich tun? Was soll ich die Teacher finden? Ich würde wirklich in große Probleme sein, wenn Mom findes. Das würde wirklich eine große Problem sein. Aber nicht mehr. Ich denke, ich sollte mich über die Araya beschäftigen. Ich verstehe, aber es wird wahrscheinlich nicht so schnell sein. Warum? Ich verstehe, dass die Schule für Witches nicht senden Apprentice Witches zu einem Witcheshaus. Das ist das, was in einer anderen Pläne denkt, dass etwas falsch ist. Dann das nicht mehr Problem. Danke, Gott. Nur wenn es keine besondere Probleme gibt. Und... Ist es etwas anderes? Nein, nicht wirklich. Dann habe ich etwas, was ich zu fragen. Ist das okay? Of course! Du bist bereit zu fragen. Ich möchte wissen, was Kind of eine Person der Witcheshaus ist und wo sie war. Ich denke, es hat etwas zu tun mit der Village und wahrscheinlich mit den Prickly Vines auch. Kann du mir helfen? Of course! Ich weiß nicht mehr, so ich werde investigieren und dann wissen Sie, wenn ich das nächste Mal komme. Ich habe es zu Ihnen, dann. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. All right, sehen Sie nächste Mal. Oh, ich almost forgot. Was? Werder? Hier ist ein Award für die Hard Work. Oh! Okay, ich appreciate es. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Absolut trust-worthy, der Typ. Fuchsgesicht und verteilt Süßigkeiten. Indeed, Blue River. Ich gehe jetzt, wie ich dachte, es würde. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen beschäftigt. Er ist sehr cool. Spendern wie man. Spendern! Oh, love, Max, you think so. You seem to be up to something. Fratidus is not a good thing, Virgil. You're just happy because you got candy. Candy is just something extra. He said he'll even find out about the witch who was there in the past. Should be easy for him, considering the amount of info they get there. Right? We just need to focus on restoring the village. Hello, Diane. Hello, Diane. Hello, Ellie. Uh... Firecracker potion. Firecracker potion? It's a potion I've always wanted to try making. You too, Diane? Sure, it's the highlight of the Stargon Festival. Right, I like the fireworks on the last day the most, too. There's somewhere I want to use it in this time. Can I get the recite? It's not hard to register the recite in the catalog, but... Ellie, as you likely already know, it's forbidden to craft a firecracker potion while enrolled in the school for witches. Even when I'm just an apprentice? We exact their limitations. Before all of those, a firecracker potion would often blow the butts off people or burn down houses. Let me tell you, they have to report how many and for what purchase to the witch administration. They say I would have to report it to the administration. Oh, you can just use the master witch's name. Please fill out the master witch's name, your name, the intended purpose, and how many right here. The master witch's name? What? Hey, you little furball! You're writing my name with your halogen writing? Looks like the master witch has quite a temper. If you'd like, you can also put the name of someone else. Then, Mariah and Ellie, just one for the village party. Confirmed! I will add it to the witch's catalogue. My name is Diane. Okay. Phew, my heart pounds out of my chest every time something like this happens. Stop acting as terrible! You'll get caught! But I have no choice! I wrote down my mom's name because it was the only thing I could think of that should be fine, right? Let's go make a firecracker potion since we accomplished our goal. I'm really getting worried. Oh. Chop. Müssten wir jetzt das Rezept haben. Genau. Ah. Was haben wir denn heute? Natürlich. Feeling Kenny. Was auch sonst. Firecracker potion. Man sollte das Rezept auch erst mal lesen. Damit man weiß, was man braucht. Baked Tinkle Spider. One-Eyed Frog Roast. Ach, haben wir alles da. Ist ja cool. Können wir also einmal machen. Gar kein Ding. Lass mich fangen! Boink! Boink! Sorry. Und dann müssen wir gleich wieder ein Maple Herb sammeln. Und wir kaum noch welches da haben. Hallo. Eila müsste jetzt eigentlich schon dabei sein, den Brunnen zu bauen. Da bin ich mal gespannt. Vor allem bin ich auch mal gespannt, was der Wolf für Blumen verkauft. Müssen wir ja gleich mal gucken gehen. Außerdem... Uh, es wird schon gebaut. Alles klar. So. Healing Candy. Hi, Kyla. Hallo, Apprentice Witch. Hm. Okay. Oh, der ist hier noch am Aufbauen. Oh, sieht das schön aus. Sure. Speak. Was sagt der Schab? I'm still preparing. Speak. Okay. So, goodbye then. Okay. Da hat hier noch nichts. Okay, wo ist Rabram? Ist Rabram hier irgendwo? Wir müssen ja noch mit ihm reden, wegen der Laterne. Rabram. Rabram. Rabram, rabram, rabram. Ruh, rabram, rabram, rabram. Oh. Eine Sache möchte ich gerne noch mal machen, bevor wir losziehen. Und zwar, wir brauchen einmal einen Wheat Killer. Wheat Terminator. Äh, squishy. Witch Flower. Okay. Einfachste, was wir machen können. Boink, boink. Herrlich. Wir werden das auch noch in Massenherstelle verkaufen. Aber das möchte ich dann doch nicht. So. Ich glaube, wir können demnächst auch mal wieder Witch Flower kaufen. Äh, besor... Äh, nicht kaufen, besorgen. Besorgen auf jeden Fall. Hm. Okay. Fangen wir doch gleich damit an und suchen diesen Puchs. Wo ist der Bengel? Hallo? Rabram? Rabram? Ja, fixin, fixin, fixin. Ja, fixin, fixin, fixin. Ich würde den... Hm. Nicht hier, wie es scheint. Hm. Na gut. Ähm. Wenn wir schon mal hier sind... Holen wir uns die Kreide. Holen wir uns noch ein bisschen Schlamm. Gucken mal, ob wir hier denn irgendwie aus den Augenwinkel noch mehr finden. Ah, okay. Und eine davon. Ach, ich ja immer noch, wie man auf die Idee gekommen ist, dass die einen taub machen oder umbringen, wenn man sie rauszieht. Oh, tatsächlich. Beärte er uns mit seiner seltenen Anwesenheit. Ja, Bings, ey. Ach, nee. Er ist dann in der Bahn ein Mädel gesehen. Ey, die hat mir richtig leicht getan. Äh, äh. Wie, keine Ahnung. Hat er irgendwie eine Freundin, die dann unbedingt was von ihr wissen wollte? Ah, man muss nur gut. Also, die sollte ihr dann halt irgendwas erzählen. Und natürlich wollte sie das aber nicht. Ja, und dann wurde die sogenannte Freundin dann angefangen hat, auf sie einzuschlagen. Ich meine, in der U-Bahn, weißt du so. Ich meine, nicht doll, aber da denke ich mir trotzdem so, Alter. Ich hoffe, dass dieses Mädel bessere Freunde findet als sie. Leute, ernsthaft, verprügelt nicht eure Freunde, wenn es eure Freunde sind. Das geht nicht, das ist nicht okay. Wenn man euch nix erzählen will, dann hat er Gründe. So, dann holen wir nochmal zehn Stück. Wenn wir uns einen anderen Kram brauchen, brauchen wir erstmal nicht. Hier sind sie schon wieder, diese kleinen Lieferchen. Ich habe jetzt eine Kreide und weiß gar nicht wofür. Auch schön. Upsa, sorry. Naja, irgendwann sind sie schon gut. Mal gucken, ob wir noch ein paar Steine finden. Das wäre sehr hilfreich. Mal gucken, ob wir noch ein paar Steine finden. Das kommt mir nicht hoch, ne? Ach, ich denke es.